Was greift mich jetzt an? Was? Wieso greift die mich an? Müsst du mich verarschen? Hä? Ich weiß gar nicht, von was ich gerade getroffen wurde. Ich habe gerade mein ganzes Leben fast verloren. Ja, ich wurde jetzt gerade von einem Verbündeten angegriffen auf immer. Oh, hier sind Bienen! Ja, die kann man auch schön einsetzen. Einnutzen, ja. Ja, wahrscheinlich haben die mir gerade den ganzen Schaden gemacht. Oh, aber es gibt auch Schlangen. Ja, es war auch eine Schlange. Alter, Schwede. Irgendwas, dass man vergiftet wird von den Schlangen? Ja, natürlich. Kann man da irgendwie vorbeugen? Warum leckt denn das jetzt hier so? Bei mir ist es noch flüssig. So, ich warte noch auf dich. Ach, du bist schon... Ja, ja, warte nur. Ich warte nur auf dich. Schutzhelm. Unbedingt brauche ich den. Mann. So, ich warte mal raus. Ähm, wo geht's weiter? Nach da. Ach, hier gibt es Bienen irgendwo. Ja, ich habe schon welche aufgescheucht. Also, ich habe schon das Bienen das zerschossen. Nee, noch nicht ganz. Nein, schon. Vielleicht gibt es ja mehrere. Jo. Geh mal da weg. Kann es sein, dass die Turme tatsächlich unterschiedlich aufgebaut sind? Also, bisher war noch keiner gleich wie der andere, würde ich behaupten. Ja. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. So. Äh, wer ist denn das da? Gewesen? Und der da? Kommt die denn her? Hast du gerade oben Spaß beim Klettern? Ja, ich bin begeistert. Ich sollte jetzt da sein, glaube ich. Oder? Noch eine Tasche? Ja, noch eine Tasche. Aber ich höre den Wind schon pfeifen. Na, ich schenke mal das Poster bei dir ab. So, Schluss mit Lustig. Glockenturmbefreiheit. 4 von 17. Die Partisanenklinik. Oha. Das ist ja toll. Du willst schirken? Was ist schirken? Was hat der gemacht? Der hat eine Leiche zum Schalter auf und gezogen. Bei mir war keiner eingeblendet. Sehr komisch. So, was machen wir denn als nächstes? Ähm. Was haben wir denn auf der Karte? Den nächsten Glockenturm vielleicht gleich? Also, ich würde erstmal den, oder besser gesagt, den hier erstmal befreien. Aber kann das sein, dass man im Korbmodus gar keine Kampagnen-Missionen machen kann? Äh. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Kann sein. Da haben wir nur so kleine Aufträge gemacht. Also ich glaube, keine Kampagnen-Missionen. Weil da ist ja immer nur der... Ja, müsste ich... Ne. Ich weiß es gar nicht genau. Wir können erstmal, wir können erstmal weitermachen. Ja. Muss ich halt nur noch ein bisschen abwechselnd... Mal so, mal so. So, ich spring schon mal runter. Ach, das ist nicht mehr hoch. Lust. Oh nein. Oh Gott. Ist doch viel zu klar. Boah, ich habe zwei mit einem Mal getötet. Sehr geil. Mit einem Schuss. Und ich habe mich... ... in die Bank gehauen. War eh nicht toll. Ach, du bist da unten? Hm. Nun ja. Mein Flug ging etwas nach hinten los. So, komme ich irgendwie hoch? Eventuell wirst der zu mir geportet. Oder so. Oder du zu mir. Ja, das wäre super. Bleib doch einfach an dieser Stelle und... ... dann wirst du zu mir geportet. Garantiert. Ich denke mal, das wird sich so verhalten... ... dass wenn der eine sich bewegt... ... und der andere halt nur da ist... ... und sich halt nicht bewegt... ... dass man eben... ... dass eben der eine geportet wird... ... der sich eben weniger bewegt. Ich verstehe. Ja, warst du ja mal, ne? Ja, das ist unkompliziert, warst du ja nicht. So. Ich komme trotzdem ein bisschen hinterher. Solange wir uns beide in die gleiche Richtung bewegen... ... wird sie hoffentlich so schlau sein. Schauen mal. So, noch ein kleines Plakat abgerissen. Noch ein Trüchen geplündert. Moment, kann da jetzt überhaupt was raus? Eine Einblendung kann zumindest nicht... Ah, jetzt, alter Porno. Der hat eine Weile gebraucht, der alte Porno. Der musste erst nach Reifen. Oh. Ich habe da vier Typen gefunden, die nichts für die Kerstes sind. Wo wollen wir die töten? Ähm, von mir aus? Ich habe gerade ein Auto bekommen. Letterweise. Wurde mir sogar... ... bis vor die Füße geliefert. So. Die Freunde haben aber an den schrecklichen Musik geschmückt. So. Hier kommt auch, glaube ich, so ein Lieferungs-Truck. Genau. Ich verfolge mal kurz den Truck. Den Truck. Gott, ist ja schnell. Ja, boah. Jetzt. Oh, oh. Was war das? Hilfe! Was denn? Er hat dich angestoßen oder was? Nee, ich habe den erschossen. Wollte mit meinem Pkw anhalten. Aber ich glaube, der führerlose Truck hat mein Pkw gerammt und dann ist alles explodiert und ich bin am sterben. Du kommst wahrscheinlich auch nicht so schnell hierher, oder? Äh, ich gebe mir Mühe. Aber? Süd? Nun ja. Oh, nee, 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 lass es. Du bist so weit hinten. Warte, 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 warte. Ich komme ein bisschen in die Richtung gekrochen. Hey, kann ich nicht veressen. Gut gemacht, Bruder. Die Armee hat versucht, was wir seit Jahren gemacht haben. Ja, toll. Truck zerstört, habe ich natürlich auch mit Absicht gemacht. Uh, Rette an der Not. Danke. Ach Gott. So, schön. Jetzt sind wir beide hier unten. Ja, hier kommt man auch noch hoch. Mann, 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 das war ja eine Aktion. So. So, ne? Jetzt ist halt auch das Auto weg. Verdammt. Was schießt du da? Ich wollte einen Wagen anschießen, dass die aussteigen. Also so, dass ich nicht eben sie treffe, sondern einfach nur den Wagen. Achtung, Art, ne? Naja. Das machen die Feinde schon mit. Hier übrigens einen Ort. Gibt's da was? Äh, ein Brunnen. Ich werfe mal eine Granate rein. Okay. Wenn's so ein Easter Egg gäbe, dass dann was rausgeflogen kommt. Na ja, ich dachte halt da unten, dass so ein hoher Raum war, da drauf lag. Hatte ich zwar bisher noch nie, aber wäre halt cool gewesen. Irgendwo muss ja noch ne Kiste sein. Die Typen, die ich getötet habe, sind natürlich auch schon längst despawned. Oh, das mit dem Klettern geht mir auf den Sack. So, hier. Ein Luxus-Armbändchen oder irgendwie sowas? Braucht man natürlich. Hm. Oh nein. Diese Mission hatte einen Jäger. Also hier diese Außenposten. Und genau da ist er schon. Aber jetzt kann ich ihn schnell töten. Ohne, dass es jemand merkt. Der Löwe braucht ein bisschen mehr, oder? Den müssen wir nicht töten. Der ist auf unserer Seite. Nee, den können wir ja freilassen. Warte mal. Kann ich den von der Seite aus auch freilassen? Ja, warte mal. Lass uns erstmal hier den... Warte mal. Ah, das hat schon gereicht. Cool. Das ist natürlich auch sehr logisch, dass ich, wenn ich auf die eine Seite schieße, die andere Seite freimache. Oh, 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 wir sollten aus dem Sichtfeld gehen. Ich gehe mal so, dass ich die Alarmanlage ausschießen kann. Oh, da haben wir noch jemanden. Und noch jemanden. Ja, der nicht. Jetzt haben sie es, glaube ich, oder? Verstecke ich hinter dem Busch, also. Oder hinter mir. Ich bin einfach ein Baum, aber... Okay, einer kommt zu dir hoch. Pass auf. Sehr gut. Seitdem ich den Recurve-Bogen habe, ist es ein bisschen besser geworden. Toll, jetzt ist da die Einpläne im Weg. Ich vertraue einfach mal auf meinen Können. Einer kommt zu dir hoch. Pass auf. Wo? Oh Gott. Scheiße. Jawoll. Das war ein schöner Headshot. Ach, Mensch. Das läuft doch wie geschmiert. Wie geschnitten Brot. Wie warme Semmeln. Keine Ahnung, was es da noch alles für dumme Sprüche gibt. So. Au. Da können wir die eine schöne Atemtatsmission machen. Wollen wir? Ist eigentlich ganz cool. Ja, ne? Die machen eigentlich am meisten Spaß mit den Geiselrettungen. Ah, die Geiselrettungen finde ich so ein bisschen... Nein. Ich gebe mir die, die muss ich immer auf Perfekt machen. Also, wenn da eine stirbt, muss es wieder neu angefangen werden. Ich hoffe, dass wir das dann auch irgendwie einigermaßen hinkriegen. Ich sagte ihm, es war eine schlechte Idee. Ich sagte, er sollte nicht die Broadcast verändern. Dann war es... Wer hat deinen Vater verbrannt? Der Royal Army. Mein Vater war ein Radio Tower Operator. Er verbrannt die Broadcast, um die Antigen-Message zu spielen. Woher sind sie jetzt? Ich zeige euch auf der Seite, nachdem sie vor dem König gesprochen haben, haben sie seine Zutaten geklärt. Ich nehme es an. Hm. Ich sollte mal kurz meine Fähigkeitenpunkte verteilen. Wobei ich eigentlich eh keine Lust mehr so richtig hab, die auf die verbleibenden Sachen anzuwenden, weil irgendwie gefällt mir das alles nicht. Was? Diese ganzen verbleibenden Sachen, die ich noch nicht bisher... Oh, warte mal. Die gleiche Schwere am Gehirn für... Das könnte so nützlich sein. Ähm... Ja, so die... Diese ganzen Spritzen und sowas, die man hier mit den Perks freischalten kann. Das ist alles nicht so um eins. So richtig. Mist jetzt echt. So, der Tiger hat uns gute Dienste geleistet. Jo. Dann mal auf zur Waffe. Dann mal auf zur Waffe. 180 Meter noch. Na, das geht ja. Da, da, da. Zieh, hihihi. Au. So. Ah, so ne SMG oder wie man das nennt. MP. Nah dran. Maschinenpistole. Ja, macht Sinn. So. Nein. Das hab ich getan. Gut. Oh Gott, das sieht schon ein bisschen besser gesichert aus. Was? Was ist Maschinenpistole? Ah, da ist er schon. Soll ich's direkt machen, oder? Äh... Ja, wenn du's kannst. So. Mal gucken, ob ich nen... Totkrieg. Also, seh'n, tu ich'n. Oh Gott, das ist sehr schrecklich, der wird zu zählen. Jupp. Und mach' ein Foto von der Zirbesserung. Au. Ich brauch', glaub' ich, deine Hilfe. Ah ne, noch kann ich mich hängen. Ähm... Conaudi. Kann ich dir helfen? Ah, diese Animation ist immer schrecklich. Ach, den hattest du. So, wo ist er? Da, so. Zack. Bitte schön lächeln. Ich glaub' dir, dich hätt' niemanden mehr an. Außer dich.